halli hallo hallöle und herzlich willkommen zu exos zockte simse vor ja heute ja schön ja mit diesem kleinen koch hier und außerdem hier diesen kleinen wanderer die immer stimmt hier nicht sehen die sims doch gar nicht aus hier ist doch irgendwas schief da hinten sind sie da sind die richtigen und das mit der geige der qual so wir werden jetzt aber die ganz langsam alle schlafen schicken jd kommt in das bett mit ja wo jagen wir ihn hin mit der gitarre das heißt wir werden ihn mal diese aktion hier abbrechen lassen dann der nächste der ins bett geht ist auf alle fälle nadja nadja kommt in das mit den grünen rein und dann haben wir mal mit der bösen gitarre auf gewissen gitarre mit der bösen geige das übeln die geige des teufels und die gute kitami ja die kommt hier ins bett hinein schwuppdiwupp die müssen nämlich morgen alle wieder zur schule und dann muss ich nämlich schauen wer muss denn morgen überhaupt noch arbeiten theoretischerweise zwei personen tim ist gerade noch schon bei der arbeit und ja sie müsste auch bald zur arbeit so was mache ich bin eingeschlafen okay ich bin auch tot müde wow bin ich müde leute und da ist auch die disco ziele an nochmal hier mal ausschalten so haben wir ausgeschaltet und hier machen wir mal klassik am abend sender wechseln und klassisch und wer ist hier noch wach unsere liebe kima wer ist noch wach kima ist am bitblock schrei spielen sie hat aber hunger und möchte schlafen halt wir machen mal bett erstmal abbrechen gehen mit ihr mal schon mal in die richtung hier und wir werden sie dann mal ein bisschen was essen lassen öffnen wir uns mal den kirchrank hier und schauen mal rein acht tage sieben tage sieben tage ja wir essen hier mal ein stück hummer ist nie verkehrt und dann ist sie sehr inspiriert wow mensch von was ist sie so inspiriert die küche sieht toll aus davon abgesehen wow so eine küche hätte ich wirklich gerne mal kann nur keiner bezahlen in wirklichkeit beziehungsweise leute die es in wirklichkeit bezahlen können so eine küche die kochen dann dummerweise auch nicht mehr die lassen kochen spricht so eine küche ist totaler mumpitz so tim ist müde oder ist er wach kann er noch was essen nein hat keinen spaß wir werden ihm mal noch ein bisschen zocken lassen spiel spielen damit ein bisschen humor hat hier mit blog lassen man mal ein paar minuten ran kann ja nicht verkehrt sein so china magst du mal eine neue frisur haben oder willst du die so lassen klima und meinst du wollen mal so klein style check man jetzt bock ja sei check okay wir machen style check bevor es ins bett geht ja style check darf ja mal erlaubt sein wir haben ja aktuell fashion week hier fashion week in berlin da darf man style check sein ju dann geht es einmal an die klamotten dann machen wir outfit plan und danach geht es in der falle ja einmal style check jo komm mal rund ran hier wir wollen mal gucken was wir dir schönes verpassen mal hin und wieder mal so ein bisschen die optik ändern kann ja nie verkehrt sein so ladescreen haben wir ja lange näher habt so gut style check gesicht als erstes mal schauen wir mal mal die haare machen wir könnten natürlich auch mal so ein bisschen nach vorne arbeiten die haare wäre durchaus eine möglichkeit wir gucken mal in der kategorie lang wir können ihnen natürlich auch so wellen haare geben problem ist durch die wellen haare sieht man automatisch dick aus das ist fies das geht gar nicht ja guckt euch mal kaum macht man sie weg die wellen haare ist man auch irgendwie wobei der pullover macht auch dick war ja 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 und so dick ist ja eigentlich sie gar nicht das ist ja der witz ja mit den farben mal gucken wo ist die andere farbe gewesen ach die sind damit drin mittellang oder wir gehen in sowas oh gott das geht gar nicht das geht gar nicht was haben wir denn hier sowas rotes mal oder blau blau wäre auch möglich keine ahnung kurze haare ja das wären die hier wieso wird jetzt da die zweite farbe nicht angezeigt da zeigt der zweite farbe an da zeigt der zweite somit ja 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 gibt sie auch mit grün da zeigt er nur eine an warum zeigt er bei diesen tollen farben immer nur eine dann an da wäre was mit blau drinne was rotes so ja nee das ist ja schon fast generation silberfisch gerade gewesen was sagen die schwarzen ja wir können wirklich mal was helles nehmen hier war doch immer mit blau war ja blau können wir mal die kleidung mal ein bisschen ändern dann gucken wir mal oh ja grünet was grünes ähm nee das ist hier gar nicht gut nee das wäre dieser hier sieht der pullover so schlank aus und da sieht er so dick aus aber wenn man den weg die ist runter geworden was ist da passiert was ist da passiert wo kommt das her äh gut der müssen definitiv irgendwie schlanker wäre mit ihr nee das sieht aber fies aus dann oh gott sie sollte doch gar nicht zulegen dafür habe ich andere charaktere nachher das haut mir jetzt komplett aus dem konzept hier das spiel gerät mir sozusagen aus den fugen sprichwörtlich in dem sinne also man 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 eine kombination was gibt es denn hier schönes wir lassen sie als bär rumlaufen dann fällt da nie auf äh oder hier als prinz in laia oh gott selbst in das ding obwohl wie sieht die lustig aus muss ich sagen hm hat sie dafür auch die 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 atomischen haare für war ihr wisst schon ich hab so ein laserschwert laserschwert ist das denn glitz glitzert das richtig oder sieht das so nur so ah ne sieht nur ein bisschen so wenn man es klein macht dann sieht es so aus wirklich als würde glitzern naja desus nö sie ist kein desu typ naja das ist sie nicht nee 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 so wir müssen noch mal anders gucken was ist hier das ist was haben wir denn noch ähm losen hier sowas oh den muss abnehmen oh das habe ich gerade beschlossen wir nehmen dann aber so helle frische farben mal sehen oh ne ähm tibi tibi tschu was hat sie denn hier in orange nö in sowas ah muss die eigentlich ein rock tragen oder eher nicht ne war eigentlich nicht was gibt es denn hier für hosen äh das ist zu dunkel wa hier machen wir ein bisschen was heller ah das sieht so seichte aus obwohl sowas würde gehen so was hat sie für Schuhe 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 ähm hier Schuhe was haben wir denn da ah die wären ne die wären nicht äh sowas hier vielleicht bisschen was nigereres lockeres dann die Socken sind noch blöd wa Socken Socken auch mal hier diese komischen anderen Socken weg hier mal weg was hat sie denn dann so gucken wir mal die kurzen grauen oder die Tennis Socken Tennis Socken wa ja ja sie ist sie kriegt die Tennis Socken die unten sind ja aller deutsch ne die Tennis Socke gut was hat sie denn noch für Styles gehabt Abendkleidung ja die können wir direkterweise lassen ist okay wobei wir könnten die Farbe anpassen haben wir denn da blöd oder hier das ja das ja dann müssen wir natürlich die Schuhe auch anpassen was haben wir denn hier für Schuhfarbe genau ok dann Sportbekleidung ne die Sportbekleidung geht gar nicht was habe ich mir bei der Sportbekleidung gedacht hm was habe ich mir dabei gedacht was was habe ich mir da gedacht oh oh Gott ja was sie war in weiß ja gut die Schuhe schreien aber das geht gar nicht das sind so Schreine Schuhe nein hm ja hm oder die kriegt die hier diese komische Neon Beleuchtung hm weiß nicht weiß nicht ah ja die kriegt die hier genau so Schlafkleidung oh nein diese Schlafkleidung geht gar nicht was hat sie denn hier an Kombination aha sie hat direkt Kombination bekommen hier sowas wäre doch mal nett genau dann nimmst du einen Schwatz ne passt nicht im Balle in Silber oder grün keiner spricht mit mir ah doch hier da die können wir nehmen schlappen ähm machen wir dann auch nicht zu dunkel und dann aber ohne Socken ohne Socken machen wir die weg mal genau Socken abends gibt es keine Socken einmal einmal ausgekleidung äh wo kommen die Haare her wieso hat sie dann abends auch mal auf mal ganz andere Haare hier guckt mal hier so Haare 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 aber wo kommen die Haare her warum ist da eine andere Haare das 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 ist seltsam so genau gut ähm andere Farbe na wir können das äh oder heller hm dann gucken wir ob wir das hier auch ein bisschen heller bekommen genau genau ähm dann machen wir die Accessoire weg genau diese komische armtickige Geschichte hat mir jetzt gar nicht gefallen dann kommt hier nochmal die Accessoire aber diese Halskette die finde ich irgendwie blöd gucken wir mal ob wir eine andere Halskette kriegen Kette 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 ähm einfach so ein Silber oder oder dunklet Silbauer passt besser genau ja das haut schon mal hin was haben wir für die Ohrringe ne irgendwie nicht das ist nichts dabei also da müsste noch irgendwie was kommen hier so mit kleinen Eidechsen oder sowas oh man ja kleine Eidechsen gut fehlt noch was ja stimmt Badekleidung äh was habe ich mir dabei gedacht da habe ich mir gedacht äh da war die Figur noch anders oh Gott das ist der Tod wenn man da hinschaut oh nein das geht gar nicht oh man ja so ein Anzug könnte man nehmen ja 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 da verpacken wir es erstmal so dann ist das nicht so tödlich wenn man hinschaut beziehungsweise gibt es da noch andere Muster Gucken wir mal hin das wäre eine Möglichkeit in ganz weiß ne das sieht blöd aus in röd in balöt das ist zu dunkel äh oder hier mit den ne die hier war eindeutig gut nehmen wir das mal so dann tunen wir sie jetzt mal auf nachts dann müsste theoretischerweise so ins Spiel kommen schau mal mal lade 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 screen ja lade screen boah der könnte schneller gehen ich glaube ich muss mir wirklich irgendwann meine SSD Platte anschaffen wenn ich das hier so angucke kriegst du hier Pilze bei Mensch musst du hier so ein Spiel machen je länger man hier richtig auf diesen Zeiger lang geht hier dieses Ding hier dass man zum Beispiel irgendwelche Bonus Funktionen kriegt oder so so sie ist müde dann jagen wir sie mal schlafen oh jetzt passt sie natürlich auch optisch zum Bett hin äh äh der gute Tim der ist auch wach geworden und der geht schalafen sehr schön ja sehr gut alle schlafen sie schubidubidu und der Tag geht vorbei im Nu ne die Nacht naja der Tag auch also ist jetzt ein neuer Tag jetzt ist der Dienstag wie man hier unten sieht ja so wer wird als erstes wach die Rasselbande und als erstes wach geworden ist in Panik in Hella unser JD der fühlt sich unwohl der muss sowas von auf Toilette der hat ja ausgeschissen ja fast ok machen wir schicken wir ihn auf Toilette und danach schnell ein Schaumbad nehmen dabei hat er nämlich noch ein bisschen Spaß genau obwohl den Spaß braucht er gar nicht na egal ok go go lauf na los hopp hopp bevor du äh verschissen hast so halt was ist mit ihr hier los sie ist äh auf unwohl Sozialitäten sind im Keller ein Gericht nehmen ja du darfst ja aber nicht irgendein Gericht nehmen du sollst nehmen 8 7 7 7 7 7 14 7 29 ähm ja du kriegst auch einen Hummer Hummer am Morgen ihr wisst ja Vertreibkummer und Sorgen so Sozialitäten sind ziemlich weit unten der ist schon mal auf Toilette der Junge her und ja sie ist selbstsicher drauf Sender wechseln wir machen hier Pop am Morgen und dann machen wir mal lautstärke ändern auf das ist Mittel doch dann machen wir laut ja ja halt bevor da irgendwelche Peinlichkeiten passieren hier Toilette aus er ist nämlich noch da auf Toilette dort heißt er du gehst hier rüber das musst du schaffen hier noch schöner so und dann musst du duschen und zwar eine nachdenkliche Dusche ja der Blick ist ja vielsagend oh da kriegt man die Kolikoiden so am Baden danach hat sie Hunger das sollen wir hier dann natürlich auch abstellen das heißt äh wir öffnen uns das hier mal und nehmen hier mal ein Gericht das passt dann schon mal ganz gut und halt Opa was ist los Opa will mit den Jungen was und Wange küssen der ist hier grad am Baden ey ich bin nicht Michael Jackson hier also ich bin nicht Michael Jackson du kannst dich hier mal hinsetzen und wenn du da sitzt dann kannst du hier einmal bitte mal äh mehr Auswahl äh du kannst freundlich sein und du darfst ihr mal nach dem Tag fragen danke sehr und weiter also echt hier bin ich Michael Jackson hier da ich bin zwar weiß aber ich bin nicht Michael Jackson also ich bin nicht Michael Jackson man 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 der Bart hat übrigens hier mit der Klamotten sehe ich gerade ja so spart man sich natürlich die Wäsche ja und hier ist äh Händewaschen angesagt und dann geht es unter die Dusche so ne man schläft noch also Fader gut passt die unterhalten sich das passt auch sind theoretischerweise alle versorgt und sie ist natürlich jetzt auch wach geworden Nadia 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 da ist die gute wieso hat denn Nadia eigentlich eine Brille auf das stimmt doch was nicht wieso hat sie eigentlich eine also warum hat denn Nadia eine Brille auf Nadia hat doch gar keine Brille auf das stimmt was nicht also ähm ja warum hat sie eine Brille auf die Outfit ändern Pech ihr habt das stimmt doch was nicht ich kann doch hier keine Brille auf haben äh hallo Outfit Plan das geht doch hier echt nicht mit rechten Dingen zu hm ja wir haben hier keine Zeit echt ey so wieder Ladescreen ja und ich sehe gerade wow wir haben überzogen das heißt wir sehen uns in der nächsten Folge wieder wenn wir hier ja mit dem Designer Outfit hier anfangen also tschau tschau bye bye und bis zur nächsten Folge tschau